Ich bin Tobias Prasek aus Wuppertal, 29 Jahre alt und arbeite im Vertrieb bei Europas Marktführer im Bereich Sicherheitstechnik und Alarmanlagen. Nach meinem Fachabitur habe ich eine Ausbildung gemacht zum Einzelhandelskaufmann, konnte die dann durch das Fachabitur verkürzen und habe mich dann intern bei verschiedenen Tochterunternehmen weitergearbeitet, hochgearbeitet, bis zum Abteilungsleiter mit Geschäftsleiterfunktion und hat auch total viel Spaß gemacht, es war in der Modebranche, es war eigentlich genau mein Ding und wollte aber dann doch noch mal was anderes kennenlernen und bin dann in den Vertrieb gewechselt, weil ich ganz gerne, ja gerade auch noch mal was so die Work-Life-Balance anbelangt, habe ich gemerkt, da gibt es noch mal ein paar Unterschiede und der Vertrieb begeistert mich total und er macht mir sehr, sehr viel Spaß. Wenn ein Kunde gerne sein Objekt abgesichert haben möchte, sowohl für den Business-Bereich als auch für private Haushalte, kann man einen Termin buchen über unsere Internetseite, beziehungsweise kann man es auch über Vergleichsportale wie zum Beispiel Check24 einen Termin vereinbaren, dann fahre ich zum Kunden hin und erstelle ein individuelles Sicherheitskonzept für den Kunden, welches auf das Objekt bezogen ist und wenn der Kunde sich dafür entscheidet, bin ich nicht nur für den kaufmännischen Part verantwortlich, sondern auch für den technischen Part, das heißt ich installiere auch die Anlage und weise den Kunden dann hinterher auch ein, dass er sich sicher fühlt mit der Anlage umzugehen und das stärkt nochmal total die Kundenbindung und man ist halt viel in Kontakt mit Menschen und das macht sehr viel Spaß auf jeden Fall. Es gibt einen sehr straffen Zeitplan, natürlich fährt man zum Kunden hin, ich bin in ganz NRW unterwegs und ja, natürlich dauern die Installation auch nochmal zwei bis sechs Stunden, deswegen muss man da sehr organisiert sein, wann man sich welche Termine legt, man hat natürlich den Vorteil, dass man selber entscheiden kann, wie lege ich mir was. Allerdings muss man dann natürlich schon gucken und seinen Zeitplan nach Zeit und Dringlichkeit regeln, das heißt das Wichtigste natürlich dann zuerst, um da wirklich organisiert durch den Monat zu gehen. Ja, man sollte auf jeden Fall einen Verkäufer gehen haben, das kann man leider nicht immer so lernen, man kann natürlich darauf hinarbeiten oder trainieren, allerdings ist es schwierig, wenn man etwas introvertierter ist, ja, ein Verkaufsgespräch zu führen und das natürlich auch psychologisch und mit einem freundlichen Auftreten und der offene Typ, freundschaftliche Typ sein, das ist ganz wichtig, weil alles was drumherum ist um das Produkt, das kann man eigentlich lernen über Seminare, das ist kein Problem. Aber man muss halt schon irgendwie verkaufen können, was gar nicht immer so einfach ist, wenn man es mal vielleicht einfach mal ausprobiert hat. Intern kann man sich weiterarbeiten als Coach oder als Teamleiter, als Niederlassungsleiter oder man kann als Trainer arbeiten. Es gibt total unterschiedliche Wege, die man da einschlagen kann. Das Schöne am Vertrieb ist, dass das eine ganz gute Möglichkeit ist, wenn man mal einen Punkt in seinem Leben hat, wo man sagt, ich brauche irgendwie was Neues und ich weiß aber nicht was und ja, dann ist der Vertrieb eigentlich genau das Richtige, um einfach nochmal was Neues kennenzulernen und ja, da neu Fuß zu fassen. Ich persönlich, wenn ich ganz ehrlich sein darf, würde erstmal eine Ausbildung beginnen, mich auf etwas spezialisieren, weil in einer Ausbildung reift man einfach total und wenn man danach nochmal was anderes machen möchte, ist der Vertrieb super. Ja, ich hoffe ich konnte euch helfen, damit ihr den richtigen Weg einschlagen könnt in eurem Leben und wünsche euch alles Gute dafür. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.